Hallo Freunde und was geht ab und zwar heute sind wir auf USA Platz, heute drehen wir eine Baba Challenge und zwar wir machen die Free Key Cut Challenge, die FK Challenge und zwar die 5 Schüsse Challenge. Erstmal Elfmeter, 2 Freistoße, einmal 1 gegen 1 und dann einfach 2 Touch. Wir haben einfach 2 Runden geplant und derjenige mit den meisten Punkten hat natürlich auch die Challenge gewonnen und somit ist auch der Sieger. Und natürlich Freunde, ich bin nicht alleine, Mitte am Start habe ich erstmal Kelvin Blazing Ubase aus Nigeria. Mein Nigerianer Okucha, der hat ein bisschen zugenommen, aber trotzdem, er hat noch drauf. Und dann haben wir noch unseren Torwart aus Münster, von Freuden Münster, von dem du den Namen vergessen hast, wie er heißt. Das ist Kevin, unser Bruder, der hat eigentlich, der hat Baba Paraden einfach gezeigt, ihr werdet auch in den anderen YouTube-Videos sehen von den Jungs. Ich werde auch Ihren Channels einfach in der Beschreibung machen und dann haben wir noch unseren Sportplatz HD, der Bruder ist auch ein sehr bekannter YouTuber, den muss man kennen, der hat auch was drauf. Und dann haben wir unseren Juliwan Rodriguez aus Spanien. Que pasa, Lukas! Was geht ab, Bruder? Alles gut. So Freunde, ich würde sagen, wir legen einfach los mit der Challenge und ich glaube, ich werde gewinnen. Das ist mein Kanal, Bruder, ich muss gewinnen, ich muss eigentlich gewinnen. Aber wir lassen sich nicht gewinnen, oder? Wenn, dann schnell ist es zu Recht. Let's go! Bist du ready? Du darfst mit dem Elfmeter einfach starten, Bruder. Ich mache jetzt den Premium, Premium, Premium. 150 kmh, Premium Anlauf, okay? Der neue Schuss. Ja, komm, mach ihn. Ai, ai, ai. Ey, ui, 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 ui. Ja, mach ihn. Ja. Po! Ui, ui, ui. Dann Quaresma. Jetzt noch einmal. Mach ihn. Wow! Oh, der Tor war zu gut. Letzter. Komm, wenigstens ein Punkt. So, Tobi, was sagst du? Wie viel machst du? Die Messlatte wurde ja nicht hoch angesetzt, deswegen 3 werde ich treffen. Gib ihm! Jawohl! Ja, 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 ja! Let's go! Von 1 bis 10, ich gebe ihm 10 von 10, ja! Du hast dabei gesagt, hast du gesagt? Du kannst nicht. Ich habe keinen First-Tash, aber... Dafür gute Schüsse, dafür gute Schüsse. Danke, ich mache gar keinen rein. Und dann mache ich alle 5 aus. Tempo, 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 Tempo! Der wird trotzdem verkackt. 4! 4! 4! Aiaiaiaia! Brasileio! 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 Verkackt! Verkackt! 0 von 5, der hat gesagt. Ich habe es gesagt. Irgend mal! So Freunde, 3 muss ich eigentlich machen. Ich glaube, ich mache 4, damit ich gewinne. Brrrr! Let's go! Mal liegen schützen! Mal liegen schützen! Mal liegen schützen! Er war dran! Er war dran! Er war dran! Nichts, Herr Kopp! Ah, Mann! Nur einen gemacht. Tut weh! Passiv! Kippa, was sagst du zu deinen Gegnern bis jetzt? Wie sind sie drauf? Ich bin gut drauf. Du bist gut drauf, ne? Calvin, der ist nicht so gut drauf heute. Calvin, wo ist der hin? Der muss Walu, ne? Da hinten ist hingeflockt. Über Maxis. Beim ersten hast du nur einen getroffen. Jetzt mach ich nochmal für dich, Ali. Mach mal für mich einfach drei rein, okay? Mit meinem Anlauf funktioniert alles. Jawohl, meine Technik. Jetzt ist der was raus. Jawohl, da ist der. Tempo, Tempo. Der ist gut, der ist gut. Leer. Gom! Das ist einfach. Jawohl, das ist nicht so gut drauf. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm. Was kommt? Mach du mal so. antibodies. Woh. raus. Ich führe. Druck ist aber nicht da, weil jetzt die zweite Runde werde ich schneller machen und ich werde wieder drei treffen. Komm. Gib ihm. Uiuiui. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Schuss. Ja. Boah. Ui. Und da ist der. Ah. Bis jetzt einfach alles überragend und der letzte muss rein. Ja. Zielgoal zum Schluss nochmal. Aber einer war drinnen. Einer war drinnen und Tempo war da. Tempo ist ja so. Hast du alles im Tempo gemacht. Sieht man einfach. Ja. Torwart hält gut. Eins gegen eins. Schnell. Was ist das? Was ist los? Was ist los? Ball gegen Auge bekommen. Keine Wiederholung. Und sei leid du. Torwart hat irgendwas mit ihm gemacht. Auf einmal steht er vor ihm. Ohne was zu sehen. Juli Ban. Der ist immer noch verletzt. Aber der will einfach durchziehen. Und da ist der. Uiuiui. Da ist der. Drinnen. Ist der nicht. Schaffst du. Ja. Mach ihn. Was ist los? Was ist los? Das ist so. Hier ist 10 Uhr bis zur Hälfte. Hier unten sehe ich gar nicht. Scheiße. Bei der ersten Runde nur einen gemacht. Jetzt mindestens zwei oder drei. Komm. Schaff ich. Ah. Macht er stark. Jawohl. So den. Los. Fuck. Sehr, sehr schlecht. Im Vergleich zu der ersten Runde ist es sehr, sehr schlecht. So, Freunde. Aua. So, Freunde. So, Freunde. Leider, die Challenge ist vorbei. Es hat einfach Spaß gemacht. Leider ist die jetzt vorbei. Aber wir haben einen Gewinner und zwar. Unser Tobias. Der Sportler Tadeh. Der Bruder hat rasiert. Weil wir einfach zu schlecht waren. Tobias. Hey. 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 Bruder, du hast kein Rederecht. Du warst einfach mit einer der Schlechtsten. Da ist der Schlechtste. Der hat 2-0. Aber der hat sein Auge verloren. Der hat sein Auge verloren. Aber der hat gekämpft. Auf jeden Fall, Freunde. Ich bin auch ein Töchter von mir. Von meiner Leistung. Wir werden trainieren. Halt die Fresse einfach. Ja. Hier ist unsere Gewinner, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und unser Löwe, unser Tor-Eater hier. Ja, Kevin. Besser macht. Ah, ja. Natürlich. Ja, Bruder. Komm rein. Komm rein. Er hat uns alle einfach rasiert. Also, der hat uns einfach so schlecht aussehen. Der eigentliche Gewinner. Ja, der eigentliche Gewinner, also. Kevin. Kevin ist der eigentliche Gewinner. Ja, Freunde. Checkt die Jungs ab. Insta, YouTube von den ganzen Jungs. Seht ihr hier auch. Von dem Kameramann. Nicht meinst. Der für mich nichts aufgenommen hat. Aber egal. Spaß. Der hat aufgenommen. Der Ehrenmann. Dominik schießt kurz gerade raus. Auf jeden Fall, Freunde. Bleibt am Start. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Lass mal schnell die Hand nehmen. Lass mal schnell die Hand nehmen. Lass mal schnell die Hand nehmen. Vielen Dank.